Wom schlägst du den auch? Junge, wom schlägst du den? Ich hab'n Bogen. Alter Junge. Boah, das war's auch schon. Wom schlägst du den denn? Ich hab' den schon runtergeschlagen, ich hab' nämlich ein Schwert. Das heißt, ich hab'n Bogen. Och, Junge, ey. Ist der Bogen versaubert natürlich nicht? Sollen wir mal aus den, ähm, aus dem Dingens, da fahr' man bitte Pflasterstein weiter. Okay, warte. Und setzt's mal den einen Dirtblock hier rein. Hab' ich schon weggetan. Ach so. Soll ich hier die Erde abarmen? Ja, gleich, wir müssen da erstmal drunter. Guck, warte, ich will da gleich das anbauen. Da kann ich auch Holz anbauen. Guck, warte, ich will da gleich das anbauen. So. So. Das hier kann auch weg. Kann weg. Loll, das Wasser ist verpackt. Immer noch. Hab' ja gesagt, was man zu dem Backmacht. Hab' sie hingesetzt und wieder... Fließt da wieder. Ja, wo ich's ausgenommen habe, wieder hinsetzt. So. Oh, man hat's ein Holz. Weil ich mich da lang gebaut hab. Cobblestone war es so wertvoll. Das geht nämlich schneller. So. Dann haben wir hier noch Erde. Märkte Erde. Ich nehm' mal die ganzen Pfeile mit, weil ich hab'n Bogen. Oh, ich dachte schon, ich wär' jetzt weg. Aber nur ein Loch. Außer, wenn ich jetzt runterfall, dann ist der Bogen weg. Aber eigentlich könnten wir uns einen machen. Ja, eben. Wär' jetzt verzaubert, das wär' ja... Na, Zombie-Backe. Ja, komm. Guck mal, die laufen immer so am Rand, ey. Boah, das Loch ist ja baugefährlich. Zombie-Fleisch. Die verbrennen das trotzdem. Ja, ich hab' kein Dach gemacht, noch nicht. Oh, fuck. Noll. Nix, geh doch mal weg da. Ich kann nicht mehr sprinten. Guck, weil du da nicht weggegangen bist. Wow. Man, jetzt sind alle Sachen wieder weg. Die liegen da. Ich seh' die gar nicht. Aber ich hab' eigentlich aufgenommen, warte, ich helfe dir. Wow, halbes Herz. Ja, ich hab' den getroffen. Ich brot das Zombie-Fleisch. Da komm' die Fleisch, ich traue mich. Da ist'n Creeper. Komm doch lieber was zu mir, frag mich doch, ob ich hab'. Ich hab' hier jede Menge. Alter Falter, ganze Map im Arsch. Hab' ich alle Sachen aufgehoben, ja, ne? Hm. Zum Glück. Den scheiß mal raus. Jetzt muss ich mir erstmal wieder ein neues Schwert machen. Mein mehr mal gleich zwei. Oben, Axt. Fucken. Na, dieses Kakao, ist. Ich fahr mal ein bisschen Kabelstern wieder. Na gut. Dann kann ich, äh, wieder das aufbauen. Ein bisschen. Da hast du ja schon alles soweit, ne? Hm. Den geh' ich mal wieder hier rein. Da ist noch was. Da, das war's. Nein. Alter, wie viel Holz da dran hat. Ja, Gott weiß ich. Mit der Menge. Komm, ich mach' das Sound jetzt einfach hier rein. Ähm, ich hab' kein Holz mehr. Das lag da alles, oder? Also ist runtergefallen. Ich hab' noch einen neuen Holzstück. Nein, ich hab' nämlich, äh, das Deckholz mitgehabt, aber das hier runtergefallen. Da ist ein Baum gewachsen, den mach' ich. Noch einer. Lol, wie schnell das ging, ey. Ich mach' dir grade mit Baum, ey. Ja, hab' ich grad' schon alles gemacht. Alter, die Bäume wachsen aber jetzt voll schnell irgendwie mittlerweile. Ich hab' die mit Baummehl gemacht. Ach so. Ich dachte schon. Lass mal lieber das aufhören, ein bisschen Baummehl für die Melonen. Ja, ist ja noch genug. Ja. Ja, reicht doch schon wieder, wie viel Holz ich hab'. Ja, nur einmal das alles weg. Dann ist's auch gut. Wesenbaum. Erstmal wieder eine Spitzung. Ich hab' die gerade wieder aufgebaut, der Scheiß. Kommen die paar Stücke, mach' ich ihn so mit der Hand noch weg, ey. Zack. Zack, 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 zack. Ja, Knochen haben wir auch wieder gerade ein paar reingemacht. Ruhm, das ist eine Kunde rein. Wir müssen auf jeden Fall eine doppelte Cabinstone Farm machen. Ja, damit beide fahren können. Da ist, wo man... Also geht doppelt so schnell, ja. 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 Dann ist es. Dann ist es der Monster Farm nach meiner Versuch. Ja, so reicht die Größe jetzt. Ja, gut. Ja, gut. Ja, so. Was? Darf ich mich nicht mehr so oft verbauen, weil... Ich hab' keine Axt mit. Die vielleicht eine machen sollen. Da machen wir so mit Cabinstone zu. Und es ist besser. Wo meinst du? Ja. Eher dann über den, also als Dachlern. Und dann noch als Plattform. Scheiße, ich brauch' ne Axt. Keine Axt. Ja. Hab' dir noch gesneckt. Ach, fackeln. Kann schon mal unten noch. Warte. Lol, guck mal wie viele Setzlinge hier liegen. Einmal langrennen. 26, wieder 61 haben wir. Boah. Ich mach' mal ein bisschen Holz da rein. Oh, vier Äpfel hab' ich sogar. Ähm. Ja, dann fahr' mich mal wieder ein bisschen Cabellstone. Kann ja nie schaden. Mhm. Und da müssen wir auch mal in dieser Folge was schaffen. Ah, haben wir ja das Haus dann. Ach, in dieser Session. Aufnahme. Fackeln nicht vergessen. Na, da waren die. Weil man ja schließlich... Willst du nicht den Doppelten machen? Ja. Passt er hier hin? Ja, mach ich schon. Ich mach' nicht wert. Dach ausleuchten. Und das nicht zu knapp. So. Du könntest vielleicht ein paar Fackeln brennen. Ja, ja. Durch den Shatter-Mod ist, glaube ich, nicht hier so richtig dunkel. Oder ist das hier dunkel drin? Guck mal gleich, bitte. Hm. Nicht wirklich. Durch die Säune dann. Hm. Ja, dann müssen wir noch... Ja. Doppelten Generator wollte ich jetzt bauen. So. Wieder vier Dirt. 25 haben wir mittlerweile... Ha, eins dick. Gib mal eben, ähm, drei Holz. Ach, drei Stein mein ich. Habe ich doch eigentlich auch in eine Kiste getan. Ich hatte da vorhin 23 oder so reingetan. Und da oben ist noch eine Spitzhacke drin. Vielleicht brauchen wir eine Axt. Die mach ich mal hier unten rein. Hier oben sind drei... So. Ich mach einmal das Wasser weg. Und die Lava. Backen haben wir wieder. Gut. Ah, hier ist das Haus. Wo kann ich denn dann hinbauen? Eigentlich muss... Kannst du auf dem Dach von das Haus machen. Weil wenn wir dann das Dach haben, dann können wir da drauf das machen, oder? Ja, dann müssen wir erstmal da wieder das Dach bauen. Hm. Ja, geht das schnell, eigentlich. So, okay. Ja, dann fahr mich mal wieder ein bisschen. Mach eben die Zeune schon weg. Jo. Ich mach dann da Holz herein. Hm. Du warst auch schon wieder mit meiner Spitzhacke. Den Eimer mach ich mal lieber sicherheitshalber da rein. Da müssten wir mal das... Leuchten. Ne. Das hier oben nix baut. Hm. Oh. Wieder zu Eis geworden. Sind da schon so viele Creeper? Ich gehe mit meinem Brunnen rein. Aber immer. Eigentlich muss nur die Tür zu machen. Das sind zu viele. Hier. No? Quatsch. So. Jetzt kommen die nicht mehr raus. Jo, jetzt kann man die auch. Besser. Das war knapp. No. Erstmal ausleuchten. Aber das sollst du ruhig da lassen können. Kann schon mal mit Holz ausfüllen. Ich bin in der Kiste. Das Tor auch. Ja. Ja, ich brauche ja noch das Tor. Hast du Holz? Ja, ja, ja. Ich hoffe, das reicht. Ja, muss ja eigentlich. Ist ja nur umrandet eigentlich.